Hallo und herzlich willkommen zurück bei Sword Art Online, Fatal Bullet. Mir haben wir das letzte Mal einen SBC-Flügel freigeschalten in den alten Wäldern oder so, keine Ahnung. Und die Juna hat uns noch was zu sagen. Noch ein Date? Okay. Das ist gut. Ach, das ist das, was ich jetzt gesehen habe. Okay, aber ein bisschen恥ずかしい, oder? Ich glaube, dass du sie in einer anderen Seite verstehst, wenn duا bist, wenn du nicht so schlimm bist, ist es Nein, man sollte nur noch ein bisschen Zeit verlegen. Ich habe ihn viel darauf gedacht, Wenn ich mich darauf achte, dann habe ich mich überrascht. Master, kann ich auch hier sein? Das bedeutet, dass ich nicht zu Hause bin. Ja! Ich werde sofort wieder gut sein und unterstütze Master. Bitte warten, Master! Hehehe... Okay... Life is strange Das war jetzt glaube ich diese Situation Was man Gehen wir zum SBC Glocke Wo man Anstatt diese Date Mechaniken Was es im letzten gegeben hat Glaube ich jedenfalls Keine Ahnung Wobei ich die irgendwie ganz lustig fand Aber das war eher so ein Minispiel kann man sagen Wo man sich so An verschiedenen Stellen vom Körper War das so? Oder war das ein anderes Spiel? Scheiße Wo man sich so anpieken musste An verschiedenen Stellen vom Körper Und dann Findet man es irgendwie komisch Dass man mit den anderen nichts anfangen kann Warte 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 Lobby Quest Terminal Und dann probieren wir nochmal Scharfschützengewehr Und noch irgendwas aus Wir müssen da eine Munition einkaufen Ein Kufen Na oh wir sind schon da Ich kann mir diese Angewohnheit nicht Abgewöhnen Auf mein Hä? Achso halt da ist die Munition Gibt es eigentlich verschiedene Scharfschützen-Munition-Präzisionsgewehr Keine Ahnung Keine Ahnung Kaufen wir mal komplett ein Wir haben eine Munition Wir haben eine Million Wir haben eine Million da sind Habt die Mauer voll Sturmgewehr Munition Sturmgewehr Geschosse Let it rip Sturmgewehr EP Sonst haben wir ja nix Warte mal Granat Warte mal Da hab ich welche Okay Da brauch ich bloß eins Ja Okay Jetzt nehmen wir die Mission noch mit Wow 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 Die ist lau Ja komm Die müssen wieder All den Die hört auch gerne Wenn die Quack quack So Ich weiß Das heißt Die Quack quack Warte Das ist Echt schlimm So Was haben wir hier Von dir kriegen wir noch Glaube ich Die Marken Boah Ich hab erst 61 Freischalt Shit Kannst du auf Level 1 hoch Immer noch Nix für zwei Schmuck Wenn ich jetzt schalte Achso Dann Das sind die Sachen Wo es auf 1, 2, 3 Für 2 Ach nee Das ist das Neuverteilungskit Ne Da hab ich die ganzen Anderen Dinger Okay Scheiß drauf Auf geht's Zum SBC Flügel Vergessene Wälder Wobei ich mich ja glaube ich jetzt erst einmal durch die Wälder boxen muss Würde ich jetzt mal behaupten Ob so ist es eine andere Frage Hii Na halt noch Fotonin-Controller Ein Low End Ein Low End Fotonin-Sensor Ein Mann Okay dann doch nicht So Wir wollten ausprobieren Ausrüstung Kagimitsu Die große Scharfschutz Und der Tiermarkt Achso Ja Kann ich ja Du willst mich verarschen Das ist ein Zoom Oh Ich bin zu schwer Scheiße Was ist denn Ich kann Wow Ausrüstung Fak Abas Okay ich muss nochmal zurück Ich muss Siehst du nicht ob Oh warte warte Ah das ist tatsächlich Das Okay das ist ein großes Gebiet Mit Ausblick aufs Schiff Ich habe es trotzdem Jetzt wieder vergessen Ich wollte ja eigentlich Im zu Hause Mal die ganzen Waffen In die In die Kiste schmeißen Den Tipp habe ich Vor jemanden erhalten Ich habe den nämlich Ich schmeiße eigentlich Nie Sachen in die Kiste Aber ich bin auch immer Geiz halt das alles zu verkaufen Box benutzen Ach ich kann da direkt Hä Ah ok so Zack 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 Halt War das der Feuerbringer Ne den behalten Nein Du bleibst da Ah warte Ich wollte noch welche ausprobieren Ne Da die Ulan Bu Wollte ich ausprobieren So alles rein Genau Da schmeißen wir alles rein Und da auch alles rein Weil die So wie ich meine jetzt ausschauen Passt diese Sache Passt Wackelt halt Luft Ich weiß gar nicht ob das Zeug ein Gewicht hat Oder scheiß drauf Na komm das reicht jetzt Bin ich jetzt immer noch zu fett Ah ich weiß an was das Licht Ich weiß an was das Licht Ah ja Es ist tatsächlich an dem Ah fuck Ich dürfte glaube ich gar nichts tragen Da oder So wird es gehen Nur Scharfschütze Scheiße Ich kann gar keine zwei Waffen tragen Kann ich das irgendwie erhöhen Warte 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 Status Und wie viel du tragen kannst Und deine Waffe Gibt es mir dann dazu eins 12,90 habe ich jetzt 10 Wow Ich bräuchte Stärkelevel Weiß Weiß der Geier was Um das hoch zu pushen Hm Okay Ich bin level 40 Ich habe 378 So AP Punkte Jetzt gehen wir trotzdem erst mal In die vergessenen Wälder Gut machen wir ein wenig Rabatz Und schauen wir was abgeht Oh jetzt habe ich auch schon fast 10 Minuten damit verhaut Mit dem Date Mit dem Begutachten Na habe ich begutachtet Ne das Zeug wegschmeißen Genau Was ich auf jeden Fall als nächstes Let's playen möchte Oh die Schiffe Schöpfe Geil aus Oh Alter Ich bin's geil Weiß ich gar nicht ob ich beim Scharfschützen bleibe Was ich auf jeden Fall als nächstes Let's playen möchte Das kommt Mitte des Ne eigentlich schon fast gegen Ende des Monats Das ist dann Nino Kuni 2 Der habe ich mir nicht verleckt Das sogar Da werde ich ihn unboxen Nein Nein Der ausweichen Nein Der ausweichen Nein Der ausweichen Nino Kuni 2 kommt Da habe ich mir die Collector Sektion gestellt Und was kommt noch On the way out glaube ich Das da muss ich mal schauen Das geht halt wirklich nur durchs Geblieben Das war's dann Wow 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 Hör mal auf hier rumzuspinnen Nino Kuni 2 und Far Cry 5 An Far Cry 5 habe ich mal wieder Interesse Oh fuck Da kommt jetzt die Skorpione her Okay Scharfschützengewehr ist nichts von mir Das ist das Ziel und scheiße Entweder brauche ich dann andere Scharfschützengewehr Oder Ich habe die Asuna auch nicht dabei Kann ich mich heilen oder so Hallo So Ausrüstung Das ist ja auch so eine Na ja scheiße Macht's gut So was war's jetzt Nino Kuni 2 kommt auf jeden Fall Da habe ich die Collector Sektion bestellt Life is Strange Die Sonderedition Die Vinyl Edition Habe ich mir auch bestellt Ausrüstung Die werde ich Ups falsche Die werde ich ebenfalls unboxen Und wer die Folge dann auch spielen Ähm Genau so Alter das ist echt kompliziert mit der ganzen In dem Sinne ist das die Vinyl einfach wechseln können So dann Far Cry 5 kommt Ende des Monats Jetzt kommen wir am 27. März raus Mal schauen ob ich es ein bisschen eher herkriegt Oh das sind Spieler Also ob du das nicht schaffen würdest Also Nino Kuni 2 und Far Cry 5 Meine Güte Soll ich mal Nino Kuni 2 Far Cry 5 Dann kommt The Way Out Weiß ich noch nie wie gesagt Life is Strange Die Sonderepisode werde ich Let's playen Das werden aber nur Keine Ahnung Zwei oder drei Folgen sein Weil da geht es ja im Prinzip Wirklich nur drum Die Kindheit von der Max Und von der Chloe nachzuerleben Und Auf jeden Fall werde ich so Life is Strange Und das Video von den Zwei Weil ich die Kollektoren möchte ich dann unboxen Weil die habe ich mir auf jeden Fall bestellt Die habe ich schon längst Kollektoren Und was dann noch Bis dann Im April kommt der da Darauf wo Zwei äh Drei Vier Warte ist dann jetzt Vielleicht glaube ich schon Ich glaube schon Got of wo vier Und Irgendwas war da noch Irgendwas war da noch Oh 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 war 4? Scheiße ich hab komplett vergessen was da noch gekommen Okay, den habe ich ja mal mitgenommen. Alter, ohne die Arsenal ist das scheiße. Mein Arthur System müsste es auch ganz gut machen. Aber habe ich Priorität heilen? Komm, jetzt geht's aufs Maul. Das ist schwer, Action. Äh, was machte ich? Was machte ich? Oh fuck, ich bin noch ohne in dem Menü. Schwierig. Ja, Geschichte im Schacht hier. Was kam im April noch mal raus? Verdammte Scheiße. Irgendwas kam da noch, was ich unbedingt wollte. Hmm, fuck. Das seht ihr dann im April. Ganz einfach. Oh, was ist hier? Boah, ich werfen fast noch. Boah. Alter. Ich muss meinen normalen Sturmgewinn hinnehmen. Das ist, boah, das ist sehr heftig. Aber gut, jetzt habe ich Zeit für mich. Schmutz." Oh, das nicht wär‬. Ort wieffentlich? impensierté. Entschuldigt mir. Ob das nicht? Du bist bist. Umй émer? Himmel Daily. War fast so. Er ist ein kleiner Assistivo. Kirby. Auf einmal alles. Das ist ein Rende Gelände. Was ist jetzt hier drin eigentlich? Oh cool, hier gehts ja nicht mehr rein. So ein Mist. Warum muss ich die dabei haben? Die können nicht mal heilen, man. Deswegen habe ich normal immer zwei Heiler dabei. Und wenn ich beim letzten Sword Art Online auch gehabt, ich bin eigentlich fast überhaupt nie verreckt. Du bist gut. Ähm, MMMM-Ausrüstung. Ach so, ja. Äh, äh, äh. So, das ist ausrüstung. Kamer Sky. Nehmen wir natürlich die da. Fuck, habe ich die andere gar nicht dabei? Scheiße. Okay, mit dem ist gar nicht so einfach. Ja, Kirito. Ja, Kirito. Deswegen habe ich die nicht mitgenommen. Ich denke ich schon schnell tot. Was zur Hölle? Die kleinen Arschkei. Ja, vielleicht muss ich mit dem Kirito auch bloß davor kommen. Danke. Damit die mir nicht mal auf den Sack gehen und ich wenigstens... Aus der Bahn. Wir wissen, was jetzt da vorne passiert. Weil da müsste der Riesenroboter stehen. Schnellreisepunkt allein. Sehr gut. Alles bitte einsteigen zur Traumreise. Alles bitte einsteigen zur Traumreise. Was? Was müsste ich wahr sein? Okay, das kann ich voll vergessen. Aha, da haben wir nochmal eine gute Waffe dabei. Das sieht auch fast nichts ab. Scheiße. Könnt ihr den ablenken? Ah. Das sieht auch nur 127 an. Äh. Ja, bleib mal sehen. Hör mal auf. Ich passt gar nicht ab. Ich hab so ein Dachschau. Äh. Okay. Warte, 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 warte. Kann ich da wo? Wer kann nicht? Nee, 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 nee. Da hab ich doch was Schönes drin mitgedrehen. Ausrüstung. Oh Gott, ich hoffe, der will mir jetzt nur auf den Sack gehen. Konsor... Ausrüstung... Und fertig. Oh warte, da ist, da ist, da ist, da ist, schnell durch. Danke. So ist das schon besser. Hallo, kannst du mal nachladen? Oh f**k. Nein, 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 lass mich mal vorbei. Ignorier mich, mein Pinny. Da ist überhaupt noch zu zappeln. Lalalalalala. Wie spielt der hier Fußball? Oh oh. Oh, das ist gut. So, was probiere ich jetzt auch? Cool, das war eigentlich das einzige, das wird, ne? Was fett gepanzert ist. Hey. Okay. 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 Ich weiß, wie es erfreut mich. Ich werde mich nicht interessieren, wie du willst. Es wird die Zeit herbekommen. Ich denke, dass ich auch immer noch... Ich würde es versuchen. Es ist fertig. Ich denke, dass ich die Asuna-Sin eine gewisse Zeit, was ich. Ich denke, dass ich mich noch etwas dazu hätte. Das ist ein Geige, der nicht zu zählen. Komm her, Kirito-kun. Das war ein tolles Gespräch. Danke, Hasuna. Ich habe schon die Geschichte gehört. Das ist alles, also ich habe mich nicht mehr gehalten. Wenn du dich schläfst, dann schluss ich etwas. Das ist doch gut. Ich habe einen riesigen Verbrauch, also gehen wir. Es ist schwer, weil ich dann keine andere Waffe nehmen kann. Keine Ahnung, bei der Größe vom Robb oder vielleicht eine Atombombe oder so? Ich weiß nicht, dass die Aphasis selbst eine Kugel ist, oder? Es gibt schon viele Spieler in den Aphasis, die in den SBC Flügel sind. Hm, das war ein Problem. Aphasis, du hast noch etwas wichtiges Mal vergessen. Entschuldigung. Alter, bemerkt keiner, dass die voll Down ist? Master. Ich glaube, sie sind alles, die in den Waffen zu erhalten sind. Das sind die Anforderungen für die Mission gehen, das ist ein andere, das ist sehr wichtig. Die Funktion an 真的 sind wichtig, aber ich habe mich über die nächste Überzeugung. Ich weiß nicht, dass ich es nicht gesagt habe. Ich weiß nicht, dass ich es nicht gesagt habe. Du bist schon immer mit den AFA-Systems-Angraben. Ich weiß nicht, ob ich es nicht gesagt habe. Das Ding ist neu gekommen. Wie konnten die was wissen? Hier, Spackos hat sie nicht mitbekommen, Mann. Das ist ein großer Raum, als ob die sich in den Raum verstecken würden. Was? Was machen wir? Ich bin ruhig! Es ist sicherlich okay. Ich bin vorhin schon hier. Aber es ist so eine Geschichte. Ich glaube, es ist ein bisschen zu kaufen. Ach, dem ist es aufgefallen. M-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m. Was ist das für ein Satz? Ray fühlt sich bestimmt schwach und wie ein Hemmschuh. Habt ihr Hemmschuh schon mal gehört? Ich kenne Hemmschwelle, aber doch nicht Hemmschuh. Soll ich so etwas, dann gehst du nicht nachher zu suchen? Ach, äh... Das ist ein Mensch, aber es ist ein Mensch. Aber wenn man ein Hemmschuh mit einem Schuss oder zwei Schuss macht, dann kann man ein Hemmschuh. Ach, ich verstehe. Ich verstehe, aber wenn man ein Schuss macht, dann können wir bereits sagen. Ich kann es dir教en über das dir. Richtig, du sagst. Kirito, bist du nur die Idee. Du bist du sofort mit einem Schuss kriegst. Aber ich darf nichtoundsd niche nicht. Ich bin the only unsere Schuss. Ich bin meine Schuss, aber ich bin Chip der Amas. Leigh-chan ist NPC, also wir können nicht nur auf der Straße gehen. Wir müssen alle mit dem Glock-Kennschirm aufhören. Wenn du siehst, dann fangen wir zuerst an die Messe an. Wir sind alle gut, oder? Okay! Fight on! Was? Hallo? Alter, geht das jetzt weiter? Oh Gott sei Dank hat das gespeichert? Ja, hat gespeichert. Pass auf, sie sitzt bestimmt zu Hause. Und? Es lädt, es lädt, lädt. Okay, ich bedanke mich jetzt bei euch fürs Zuschauen. Ich mache jetzt Schluss, weil es ist ein bisschen später geworden, als ich eigentlich wollte. Und ich muss morgen früh wieder raus. Ja, wo war ich? Okay, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und Servus!